Hallo, hier ist Harald vom Market Press Team. Dieses Video erklärt die Double Opt-in Kundenregistrierung von German Market. Die Funktion findet sich in den allgemeinen Einstellungen von German Market, ganz unten im Reiter Globale Optionen. WooCommerce erlaubt nach dem Erstellen eines Kundenkontos ohne Prüfung direkten Zugriff auf das Kundenkonto und die dort hinterlegten Daten. Durch das Aktivieren der Double Opt-in Kundenregistrierung wird der Kunde nach der Erstellung eines Kundenkontos nicht direkt in das Kundenkonto eingeloggt, sondern muss zuvor die Anmeldung nochmals bestätigen. Im Gegensatz zu der Standardeinstellung ist der Kunde also nicht nach der Kundenregistrierung automatisch registriert und eingeloggt. Zur Bestätigung des Kundenkontos erhält der Kunde eine E-Mail zu der zuvor registrierten E-Mail-Adresse und muss die Anmeldung durch Drücken auf den Link in der E-Mail nochmals bestätigen. Durch die Bestätigung der Anmeldung wird das Kundenkonto aktiviert und der Kunde ist in seinem Kundenkonto automatisch eingeloggt. Versucht ein Kunde sich ohne Bestätigung einzuloggen, so erhält er die Information, dass eine Bestätigung des Kontos noch aussteht und er sich, wenn nötig, noch einmal den Bestätigungslink zusenden lassen kann. Im Bereich Double Opt-in Kundenregistrierung findet sich auch die Option Management. Nach Aktivieren dieser Einstellung gibt es in der Liste der Benutzer eine neue Spalte, die anzeigt, bei welchen Usern seit wann auf eine Anmeldung gewartet wird und welche User bereits die Anmeldung bestätigt haben. Durch die Aktivierung der Option Management lässt sich auch im Bereich Benutzer im Feld Mehrfachaktionen die E-Mail für die Double Opt-in Aktivierung nochmals an den Kunden senden, falls dieser zum Beispiel nachfragen sollte. Durch aktivierende Option Automatisches Löschen nicht aktivierter User Accounts erscheinen zwei neue Felder. Über das erste Feld lässt sich die Anzahl der Tage einstellen, nach denen nicht aktivierte User gelöscht werden. In der Zeile darunter findet sich der Text, der, wenn die Option Automatisches Löschen aktiviert ist, in der Double Opt-in E-Mail angezeigt wird, sodass der User über die zeitliche Frist bis zur Löschung des Accounts informiert ist. Aktiviert der Kunde nicht innerhalb der vorgegebenen Frist sein Kundenkonto, dann wird das Kundenkonto automatisch nach Ablauf der Frist gelöscht. Das waren die Optionen der Double Opt-in Kundenregistrierung in German Market. Sollten noch Fragen offen sein, kannst du gerne im Kommentar nachfragen oder direkt unseren Support kontaktieren. Da wir auf diesem Videokanal regelmäßig Videos veröffentlichen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und bei Gefallen dieses Videos den Daumen hoch drückst.